und willkommen zu einer kleinen runde lande den bomber ja wir werden mal schauen dass wir jetzt hier ordentlich ein paar landeskills zeigen und wir einfach mal den ein oder anderen bomber auf flugzeugträger platzieren ob wir dann wieder starten können glaube ich natürlich nicht aber das heißt wir fliegen mal direkt den ersten bomber an das ist natürlich die frage wie schnell darf ich hier sein ich glaube ich bin jetzt schon etwas zu langsam glaube ich ich bin zu schnell mama ich fliege rüber hinaus ok ok gas geben durch gestartet war alles so geplant war alles so geplant was erzählt er von mir was schnauze und mitten rein in den nächsten lande versuch wir sind jetzt mal etwas langsamer ich habe das gefühl aber dass wir vielleicht zu langsam werden ok dann mal wieder einfach hier vorne so den wie auch immer an oh scheiße wir klappen wir wirklich zu langsam ballast abwerfen dann klappt es vielleicht auch mit dem landen oh shit etwas schneller etwas langsamer oh shit etwas schneller schneller langsamer oh oh ich bin zu langsam oder 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 ja nein ok wir sind gelandet sogar ziemlich gut wir sind eigentlich schon wieder in stopposition propellers sind alle dran bloß ein bisschen krumm und schief ok aber das kann man ja noch wieder ausrichten ansonsten kollege dir geht es gut das sieht eigentlich happy aus ne ok ist ja eigentlich alles dran ne wir haben auch nachgeladen oh ich wollte eigentlich auch mal von dem flugzeugträger aus starten schade so und jetzt einfach mal richtig landen jetzt schauen wir uns mal dass wir fahren mal den scheiß wieder aus wir schauen mal dass wir jetzt oh ok ich fliege nochmal eine schleife ich bin zu schnell also ich will jetzt mal schon auf den rädern landen ne naja jetzt könnte man zu langsam werden Gas geben eine Anzugsschleife gut Gas wegnehmen ok ausgezeichnet so jetzt aber Geschwindigkeit halten das sehe ich auch so genau ja richtig ja kamikazei ok 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 na wir halten schön die Geschwindigkeit über 160 sollte eigentlich passen cool Schlachtschiff 158 könnten jetzt sogar etwas Geschwindigkeit rausnehmen komplett rausnehmen oh Gott das wird nichts abdrehen ziehe hoch durchstarten alter Schwede das haben wir ja mit dem Arsch schön durchs Wasser geslidet ähm ja wir versuchen es einfach noch einmal denke ich mal ne so nächster Anflug jetzt aber ich hab's im Gefühl jetzt klappt's oh Gott ich bin jetzt schon zu schnell eigentlich oh Gott ich bin jetzt viel zu schnell schon fort die Scheiße aus und wir langsamer 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 ich bin zu schnell ich hab das Gefühl dass ich zu schnell bin ich bin viel zu schnell vielleicht klappt es ja doch oder auch gar nicht ähm ja das war der bisher beste Versuch wir sind etwas weiter gekommen wie bei der ersten Landung ja ähm Bomben abwerfen können wir nicht hello hello helft uns ey die Flagge wird überhaupt nicht im Wind Jungs das könnte besser darstellen hm okay das heißt zu viel wie nächster Anflug so meine Freunde jetzt jetzt klappt es jetzt landen wir hier richtig ne dann mal etwas Geschwindigkeit raus und fahren mal das Ding aus hier das bremst nämlich das ganze Flugzeug auch noch schön ab so etwas zu langsam etwas zu langsam etwas schneller fliegen und so versuchen die 170 ungefähr zu halten was laubert er denn für einen Scheiß in den Funk so okay 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 ich bin bremsbereit ich bin bremsbereit das Geschwindigkeit rausnehmen wir sind gut im Anflug sehr gut im Anflug die Geschwindigkeit komplett wegnehmen und wir wir segeln so etwas ja 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 bremsen 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 oh yeah oh fucking yeah habt ihr das gesehen es klappt doch irgendwann ja gucken sie mal die Kollegen drüben auf dem Schlachtschiff blöde und die auch die hatten direktes ähm Platz in der ersten Reihe ja jetzt können wir nur eins machen wir müssen natürlich durchstarten jetzt habe ich natürlich schon die Befürchtung dass wir hier uns komplett äh die Flügel wegreißen werden aber nach den geilen landeskills müssen wir jetzt auch mal dort skills zeigen also vollgas gib Gas Junge gib Gas pass auf seine Flügel auf sind wir gut vorbeigekommen jawohl und wir äh einfahren ich brauche Geschwindigkeit alter Schwede das klappt ja richtig premium mit dem Teil what the fuck okay das passt ausgezeichnet alles klar dann das war eine kleine geskillte Runde wir landen mit einem mittleren Bomber auf einem Flugzeugträger ja mal gucken ob ich noch ein größeres Flugzeug finden kann womit wir das machen können haut rein so und als kleine Bonusrunde landen wir oh Gott nochmal aus der ähm ja Onboard Perspektive ob das funktioniert ich seh den Flugzeugträger nicht mal leite mich ein dort ist er äh langsamer äh oh Gott wo ist denn der Flugzeugträger dort ist seine Rauchschwarde dort ist er okay 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 ich bin daneben scheiße okay das hat nicht funktioniert alles klar haut rein soll das weiter dauert los настро